Buongiorno zu einem neuen Shorty in der Kurzvorstellung von einem Cross, Sport oder Gravel Bike. Ja, warum Sport, Cross oder Gravel Bike? Weil dieses Rad, das ist so ein Mischmasch aus allem und das gibt es in verschiedenen Variationen. Wir haben jetzt hier von Moustache das 29.2, das ist ein Gravel Bike, aber mit einer Flatbar, also mit einem Kranlenker, den wir da drauf haben. Und das Rad gibt es auch als ausgewachsenes Gravel Bike, das ist das 29.6 und die Details blende ich unten mal ein, beziehungsweise verlinke ich unten in der Beschreibung. Und jetzt gucken wir mal auf das Rad, das ist einigermaßen identisch mit dem 29.6, was ihr mit diesen beiden Rädern erzielen könnt und für wen das geeignet ist. Ja, das Rad, das liegt so in der 18-19 Kilogramm Klasse, je nach Größe, also ein sehr, sehr leichtes Rad, wenn wir hier unter 20 Kilos sind. Und Moustache typisch haben wir eine sehr, sehr feine Rahmenverarbeitung. Wir haben also ganz glatte Kanten, wir sehen keine Schweißnähte hier an diesem Objekt. Und wir haben hier das 29.2, das ist ja das mit dem Flatbar Lenker, also mit dem Kratlenker, für die, die ein bisschen aufrechter sitzen wollen. Und wir haben keine Federgabel, sondern eine Carbongabel, eine Starkgabel, die das Rad natürlich auch leicht hält. Und Gravel heißt ja, ich bin ein Rennrad und will aber ins Gelände oder will auf unebene Wege. Und deswegen kann man hier mit der Carbongabel und vor allem diesen dicken Reifen, diesen 29 Zoll Reifen, die wir hier drauf haben, kann man natürlich sehr, sehr viel Dämpfung herbeiführen und das Rad einfach komfortabler machen. Das sehen wir auch gleich schon beim Lenker. Eine Besonderheit, installiert ist hier ein Maxxis mit 50er Breite. Also darüber können wir einfach luftdruckseitig sehr, sehr viel variieren. Und die Ausstattung an sich, das ist ja ein Bosch Performance Motor, der mit einem 500er Akku hier angetrieben wird und einem Purion Display. Das ist noch diese Hidden Power Technik. Hidden Power heißt bei Mustache, der Akku sitzt semi-integriert hier unten im Rahmen. Also der guckt so ein Stückchen raus, da ist ein Cover drüber. Ich kann natürlich innerhalb laden oder auch außerhalb. Und dafür nehme ich dann einfach bei diesem Rad unten das Cover ab. Das sehen wir jetzt gleich noch. Hier ist der Port zum Aufmachen und zum Rausnehmen und dann der Ladeport natürlich auch. Und wenn ich den außerhalb des Rads laden muss, dann kann man wie gesagt hier unten dieses Cover abnehmen und kann dann den Akku entnehmen und vor allen Dingen auch mit älteren Akkus ergänzen. Also das ist ein ganz normales Power Pack 500. Und wenn ihr sowas noch zu Hause habt von einem anderen Rad, dann passt das auch da rein. Der Gravel-Bereich, da kommt ihr immer mehr. Also diese Räder, die so ein bisschen sportlicher sein sollen. Und während wir bei dem 29.6 ja diesen kompletten Rennradlenker drin haben, haben wir hier diese Flatbar. Und noch eine Besonderheit, das ist ein Gravel-Bike, das es auch mit einem tiefgezogenen Rahmen gibt, also die Damen-Version. Und wir sehen hier in der Geometrie-Tabelle, dass sogar Damen ab 1,50 Meter hier Platz nehmen könnten. Hilfreich ist dabei auch so eine Vario-Sattelstütze mit 50 Millimeter, die man so absenken kann zum Absteigen oder wenn man irgendwo ein etwas unebenes Gelände hat. Und dieser Flatbar-Lenker, der ist ausgestattet mit einem Purion-Display. Und der hat einen Flex, der ist von Baramind. Das ist also ein Flexbar. Und wir erzielen hier drüber auch nochmal eine Dämpfung. Das ist so ein Verbundwerkstoff, kein Aluminium. Und dadurch haben wir diesen Flex da drüben. Wir liegen hier bei 3.899 Euro in dieser Version. Das 29.6 ist dann ein bisschen teurer, hat allerdings auch eine 13-fach Campagnolo-Schaltung drauf und noch andere Komponenten, die ein bisschen besser sind. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne den Channel. Auf unserer Webseite kriegt ihr noch weitere Informationen und dann sehen wir uns demnächst wieder.